Willkommen zu Paper Mario La 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 Ein Speicherblock Berühre diesen Block, wenn du speichern willst Wenn du besiegt wirst, oder? Ja, ja Nicht speichern Habe ich jetzt gerade nicht nötig La 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 Ich will heute euch noch mehr vom Spiel zeigen La 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 Oh, wir sind in einem Haus Und wir sind der böse Mario, der über Tische läuft Die haben keinen Respekt vor anderen Gumpa Wow, wir laufen wieder über den Tisch Und das müsste die Gomma sein Oh Mario Mein Vater hat dich gesucht Er wollte dir sagen, dass er das Tor repariert hat Jetzt kannst du nach Osten Richtung Tor, Tor und Stern Gipfel reisen Okay Ja Ja, aber nicht so viel Blah, ha, ha, ha Meine Instinkte haben mich nicht getäuscht Mario, ich kann nicht glauben Ach, hilf Ich habe gerade voll die falsche Stimme benutzt Oh mein Gott Oh mein Gott Ah ja Schlampe Äh Ich habe das Tor repariert Ich will das Wort Tor nie mehr hören Okay, das nächste was wir machen müssen Nach diesem langen Gespräch hier Ist den Gumpa zu fragen Ob wir uns sein Hammerleid Jetzt gibt es aber ein kleines Problem Genau Genau Oh mein Gott Oh mein Gott Dieser Block darf hier nicht sein Das ist ein großes Problem Äh Guckt mal Leute Mario könnte doch einfach über einen Zaun springen Aber nein Warum denn eigentlich Ja Ich möchte Geld Geld regiert die Welt La 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 Ich weiß ja, Block Geld Nix Hm Nix 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 Äh, 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 äh Der Hammer Mit B können wir ihn aktivieren Genauso Was hast du erhalten Püppi ausgezeichnet Oh, wie schön Ich glaube, das ist die Puppe Die Gumbare verloren hat Cool Zurückgeben und Belohnung kassieren Alles kaputt machen Wir sind Mario der Zerstörer Mu Ha, ha, ha Was ist denn jetzt los? Autsch Hä? Oh nein Oh nein Ja, seid ihr dämt Das hier ist mein Spielplatz, Idioten Niemand setzt einen Fuß hierher Ohne meine Erlaubnis Niemand Seid bereit Zu, äh, Füßen Von Meister Junior Tupor zu holen Okay Verprügeln wir mal mit dem Hammer Und springt auf seine Birne Ah, ha, 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 sehr einseitiger Kampf, ich weiß Autsch Wow, volle Kraft Oh, zwei Schaden Und besiegt Mario Du hast sehr gut gekämpft Du erhältst Sternpunkte Jedes Mal, wenn du einen Gegner besiegst Erhältst du Sternpunkte Für jeweils Wunder als Sternpunkte Streikst du ein Level auf Versuche so viele Punkte wie möglich zu bekommen Oh yeah, wir haben gewonnen Ja, du kommst wieder irgendwann mal Oh, wir haben einen Pilz erhalten Und ein KB-Block Der KB und BP Wieder auffrischt Ah, Treff Danke Und zack Ey Oh, was ist denn das? Eine Feuerblume Erste Angriff erfolgreich Die haben nur zwei KB, die Goombas Von daher kein großes Problem Oh yeah Er ist Angriff erfolgreich Ich weiß es Man kann auf sie nicht springen Weil man sonst Schaden erhält Deswegen greifen wir mit einem Hammer an Und dann gewinnt man auf Tschöne Willkommen Hm Oh yeah Uns zählt nicht mal viel für ein Level ab Doch, irgendwie noch sehr viel Oh, ein Baum Eine Münze Und hey Unser erster Sternensplitter Verdammt Ach, noch mehr Verdammt Ein fliegender Goomba Oh fuck Mehrere fliegende Goombas Haha Wir haben auch nur zwei KB Und tot Autsch Autsch Okay Du bist tot Und wir halten sechs Sternenpunkte Lalalalalala Oh 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 Oh